Ich krieg mir erst mal hier, ne, meine Hand am Bluten, so, ich denk mir nur so, aaaaaaah, und dann geh ich so zur Affe und sag so, ja Affe, machst du mal weiter, meine Hand hier, ne, und er, er guck mal an, alles hier Blut überströmt, weil das übelst aufgerissen ist, ne, und er, ja und, mach ein Pflaster drum und mach weiter, und setzt sich dann weiter vor ein PC und YouTube-Videos, denk mir so, machst du doch einfach ab jetzt, ja, das Arsch-Gesicht, ey. Russland, willkommen, nehmt eure Wodka-Ampullen mit, wir müssen uns der Kultur anpassen, Wodka, Wodka, Suka, plärrt. Obwohl, bei denen heißt es ja nicht Wodka, bei denen heißt es Wasser. Ja, Dankeschön, auf jeden Fall Speedy Power für 1 Euro, Mann. Aber erst mal kommt der Ententanz, ne, erst Ententanz von Kenny und dann dein Speedy Power. Also wir machen erst mal den Ententanz, ist das okay für dich? Das sah ein bisschen behinderter aus, als das eigentlich ist, ne? Quadratmeter Platz, den richtigen Ententanz mache. Dann mach ich so. Kler, tanz falsch. Ey, Kler, würdest du bitte aufstehen und deinem einen Quadratmeter, den du hier Platz hast, ohne gleich alles abzuräumen, in deinem kleinen Kasten, den der Greenscreen darbietet, mal den ganzen Ententanz machen? Mensch, kannst du nicht? Ja, kein Problem, mach halt einfach so. Da wird direkt krumm geholt. Ey, der Kler macht den kompletten richtigen Ententanz. Da hat man direkt keine Lust mehr für euch zu tanzen. Das ist ja gleich die Lust fürs Tanzen raus. Ich hab gelogen. Warte, guck mal, ich kann auch nicht mal, man sieht nicht mal meine Ellenbogen, wenn ich's so mache. So klein ist der Kasten, wirklich, das geht doch von hier bis hier. Ihr müsst euch mal vorstellen, guck mal, wie, hier, Leute, ihr könnt das jetzt mal sehen. Wie klein mein Platz hier eigentlich ist. So, das ist der Greenscreen. Ich hier. Na, das habe ich am Platz. Da steht schon das Mikro mit dem PC, hier Greenscreen, da bin ich mit meinen Eiern und da ist der Tisch. Ich hab hier nur dieses kleine Bisschen so. Da ist nicht viel mit hin und her und hast du dich gesehen und wie und tot und machst du nicht. Ich schwing dich und du hältst dich an dem Haken fest. Alles klar? Wir üben das einmal. Übungstraining Nummer 1. Wunderbar. A plus, würde ich sagen. 1 A mit Sternchen. Mit einer guten Note im Abgang. Und? Ein geschmeidiger Abgang. Wunderbar. Leute, ich bin dem Meister in Anleitung gegeben. From the shadows. Wenn die Alte nicht irgendeinen Raben aufgescheucht hätte, dann wäre ich morgen noch am Suchen. Oh mein Gott, was tut, Pip? GG. GG. Du denkst, du bekommst von mir einen GG? GG. F***ing schlecht. Nein! Boah, der Typ ist nicht bad. F***ing nicht, Junge. Puh, der ist nicht bad gewesen. Der war nicht bad. Ist das warm. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, heute nicht im Stream rumzuhäumen, wie warm es ist. Aber wenn man dann hier erstmal im Stream sitzt und... Mädels! Mädels! Boah. Da ist der... Da ist der Generator hochgegangen. Sorry, da muss ich kurz ausweichen. Ähm... Wenn es so heiß wird, ne? Dann kannst du nicht anders als darüber rumheulen. Dann fliegst du doch immer aus allen Natschen. Kopf hin und... Aufnacken, hier. Klatsch! Da gibt's den Link. Aufnacken! So! Und dann hat mein Greenscreen fast weggerotzt, ey. Aber er steht noch. Und es ist keine Ecke, oder? Hier so, hier ist hier. Und hier... Ja, doch, doch. Steht noch, steht noch, steht noch. Wunderbar, wunderbar. F***ing. Vor allen Dingen, wie weit der Charged! Charged forward! Du siehst mich nicht. Warum hat eigentlich jeder Arsch der Stalker? Ey, Twister Fire wird krabbefreit. Willst du dich da nicht irgendwas gegen machen oder so? Voll. Wie halt ein Meter weiter den Haken ist! Ein Meter! Wo ist denn der Dritte? Ich sehe nur zwei. Die sich gerade erstmal gegenseitig heilen. F***i-Modus 9000 aktiviert. Hat man eine Banane mit Ketchup, Mayo, Tzatziki und Senf gefuttert? Ich sehe nur zwei. Halt meine Haare! Halt meine Arme! Oh Gott! Gold! Banane mit Ketchup, Mayo, Tzatziki und Senf. Nö! Okay, so. Spiel den selben Sound nochmal Pockchamp. Einer geht noch. MFG The Claire. Jetzt haben wir sogar 2x ZEI-FENGEN. Dankeschön nochmal. Du bist schuld. Du bist schuld. Was war denn bitte das? Du bist schuld. Da steht A. Ja. Draußen hat es aber nicht mitbekommen. Jake The Master, English. Das ist mein typischer Satz. This is German Stream my friend. We mainly speak German. So komplett. Anstrengend. Sie hat mich von 100 Meter Entfernung getroffen. Ja. Ja nicht. Mich auto-amben sie auch immer weg. Ich würde sie so gerne einfach... Oh sie hat AD, AD gedrückt. Oh mein Gott. Ich drück AD. Oh. Oh. Alter, Claire. Du spielst das Spiel in 54 Stunden. Du musst Leertaste drücken. Cheese nominee de Ich drück AD. **** Oh 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 oh. So. eternal chips Creo Rank. En musicalLS Dann kommt der Song von Adir. iktЛ Cathedral. Erst kommt Cotles. berry erster Level. Etens los. Ja! Nein! Wie viel habe ich noch? Acht, okay, gut, wir haben nur eins verlaufen. Pfff! 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 Dann nimmst du die Taschenlampe raus, weil du zweimal gegen den Nurse gespielt hast. Kaum ist die Taschenlampe aus deinem Inventar. Raus! Kommt der Geist! Wollte ich nur mal so eben ohne Hintergrundmusik klarstellen. Kaum ist die Taschenlampe weg, gibt's den Geist. Nur mal so. Leute, ihr wollt nicht ich sein. Meine Stirn sagt 35! Minimum! Luftfeuchte 70%, ja. Das liegt halt daran, weil ich hier bin. Es ist halt wie wenn ich an Ladies vorbeilaufe. da ist plötzlich auch da. Da werden sie auch zu 100% nass. High Five, Rudi! Hello darkness, my old friend. It was at this moment, wenn Klörsch und keine Freunde hatten sich selber ein High Five geben. Ice Bucket Challenge, jetzt live. Einfach hier einmal Ice Bucket Wasser. Pfff! Kein Problem, ich mach das Wasser auch danach nicht weg. Ich lass es einfach auf mich, auf mir schmelzen, ey. BUÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. So, Ventilator, ne? Hast du eigentlich irgendwie eine Aufgabe oder so? Erfüllst du die? Wofür bezahle ich dich überhaupt? Komm mal, du kannst hier Gratisstrom abzapfen vom Ventilator. Also mach was dafür! noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Uuuuuh, weiggedrückt. Oh Gott, zwei Stücke. Der, also Leute, wenn der Turf kein Mate ist, ne, der drückt mich auch einfach raus. Der kommt einfach von oben, tritt mir mit den Haxen einmal in den Nacken und dann fliege ich da gleich raus aus dem Back. Hör mal, ihr könnt wieder gehen. Mach schaapje! Mach schaapje! Geh weg! Nein! Du auch! Einfach mal so einen kleinen Knaps geben. Knack. Kaputt. Wie Fiddlesticks mit ihren Stöckchen da. Ich hab meinen Opfer gefasst. Gott! Ich hab meinen Opfer. Ich hab meinen Opfer gefasst. Alter, darfst denn nicht mal Timing, joe! Einen Rabe, der sich mit mir anlegen will, ha? Gut. Du kleiner Pisser, ne? Ihr beiden kleinen Pisser, warte. Die beiden Arten, die da sitzen, denken, ich wär nicht da. Denk, ich wär nicht da. Blalalalalalalala! Ja, haut bloß ab! Oh, da ist er schon weg. Lass mich nicht ablenken, ich häng dir nur ein bisschen im Boden rum. Das eignet sich gut, oder? Das ist ein schönes Teil hier. Brrrrrrrrrr. Brrrrrr. Brrrrrr. Brrrr. 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 Er wird erst mal um. Wie so ein Flummi, den er dir dran ausser. Brrrrrr. die fünf prozent nein denn das dann geht der killer raus weißt du man will sich noch einen so gratulieren so ja gut gespielt gut gespielt ich hab herzlichen glück und sie haben auch überlebt ja ja du bist verreikt aber doch macht den kopf hoch beim nächsten game ja gut gespielt gut gespielt alle high five und dann geht der killer einfach raus du hast also alle stimme auf einmal weg geht der kinder raus ist deine stimme einfach tot hat mir nur noch machen hier sind ja meine moggies e meine oberarme die spanisch war einmal an hier also kanade ich mache da mal einen sauberen abgang das möchte ich mir nicht weiter ansehen nehmt mich mit himmel nämlich mit ich bin einmal nimmt mich auf ins paradies hier möchte ich nicht länger sein mein sechst schweizischer freund mein sagt schweizer mein schweiz haxer mein schweiz haxer mein schweiz haxer mein schweiz haxer das eskaliert quickly so machen wir ganz entspannt apotankin ne tankin dankeschön für 20 euro alter das ist ein neuer rekord das bricht ja sämtliche rekorde bau bring me ever time sorry dass wir meinen headset wieder vom kopf gelatscht dankeschön apotankin Bis zum nächsten Mal.